Na, Lexi! Bexi! Na, 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 na! Na ihr, beim heutigen Video solltet ihr ganz genau aufpassen. Ich hätte mich nie darauf einlösen dürfen. Wie konnte ich nur so dumm sein? Ich werde mein Geschäft verlieren. Ich werde alles verlieren, was mir im Leben je etwas bedeutet hat. Was mache ich mit der Ware? Die Kisten stapeln sich bis unter die Decke. Ich muss das Zeug loswerden. Aber wo? Mein Leben steckt in diesem Laden. Das kann ich nicht einfach so aufgeben. Ich habe ihnen gesagt, dass ich bezahle. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Ich brauche einen Plan. Einen verdammt guten Plan. Einen Monsterplan. Und ich glaube, ich habe da schon so eine Idee. Doch vorher muss ich endlich mal Level 9 schaffen. Ich hänge da schon eine ganze Woche fest. Und ich kann euch garantieren, das wird ein Riesenspaß. Und wisst ihr, was auch noch ein Riesenspaß wird? Eine riesige Aktion gemeinsam mit Biggesting, mir und euch, der Community. Was? Das wird doch mega kompliziert. Wow, wow, wow. Nein, keine Sorge. Ich erkläre euch das mal kurz. Ihr wisst ja, ich mache schon eine ganze Weile für euch die Chart-Song-Übersetzung auf Deutsch. Und die Band Clean Bandit, die hat das in der Vergangenheit wohl mitbekommen und mitverfolgt. Und hat jetzt mich gemeinsam mit Diggesting für eine Aktion herausgefordert. Wir sind Clean Bandit. We've challenged some of the best YouTube creators from six different countries. And we'll be choosing one of them to collaborate with us on our next music video for our yet-to-be-released single. We've asked them to demonstrate their creativity by producing their own version of our video, Rather Be. Es geht darum, zu deren Song Rather Be ein einminütiges Musikvideo zu drehen. Jedoch ohne viel Schnickschnack, ohne komplizierte Technik, sondern mit Kreativität, einem Smartphone und euch. Zum Beispiel mit dem Lumia 830. Und wenn unser Video dann am Ende von der Band Clean Bandit ausgewählt wird, dann haben wir als begeisterte Filmer die Chance, deren neues Musikvideo umzusetzen. Gemeinsam mit der Band. Wow. Und der Pesh war ein dinges Ding. Ich, wir zwei, haben uns dazu schon ein bisschen was einfallen lassen. Und zwar folgendes. Damit das Video am Ende so richtig rocken kann, brauchen wir eure Unterstützung. Und wie? Wie? Na ja, das erzählt euch der Pesh jetzt mal am besten selbst. Ciao. Yo, danke Alex. Ihr habt's gehört. Dreht ein Video, schickt es uns zu. Und was ihr dafür tun müsst, erkläre ich euch jetzt. Nehmt ein großes Foto eurer Lieblingsperson oder schreibt dessen Namen auf ein Blatt Papier. Oder ihr nehmt eine Textstelle aus dem Clean Bandit Song, Rather Be, und schreibt es auf ein Blatt Papier. Haltet es einige Sekunden in die Kamera, dann zerreißt ihr es und lässt die Schnipsel als Konfettiregen auf euch draufregnen. Geiles Gefühl, oder? Das Ganze bitte ohne Schnitt als One Take. Und damit euer Video nicht übersehen wird, schreibt den Hashtag Lumia Music einfach dazu. That's it. So, das war's auch schon. Ich gebe zurück zu Alex nach Hamburg. Oh, dickes Danke an dickes Ding nach Köln. Also ihr habt's gehört. Aber solltet ihr gerade keine Kamera am Start haben, wir brauchen euch trotzdem unbedingt mit euren kreativen Kommentaren. Wenn ihr also kreative Ideen habt zum Video, postet euren Kommentar hier unter diesem Video mit dem Hashtag Lumia Music oder auch auf den einschlägigen Social Media Plattformen. Und das gleiche macht ihr auch mit euren selbst aufgenommenen Videos. Och, und übrigens, am Ende küre ich die jeweils beste Video- und oder Kommentaridee, die es dann am Ende auch ins Video geschafft hat, als Dankeschön mit einem Lumia 830. Also, ich bzw. wir freuen uns riesig, wenn ihr mit dabei seid. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Teaser nochmal gucken. Bis dann also. Weil der Teaser war am Anfang und jetzt habt ihr wahrscheinlich durch all die Infos vergessen, wie es am Anfang war und deswegen müsst ihr auf Replay klicken. Okay, der Witz ist weg.